Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das ist mein Behind-the-Scenes zu meinem Halloween-Video. Wie alles entstanden ist beim Hof, beim Shooting, beim Film. Ja, also ich nehme euch mit auf eine Reise vom Kürbis, vom Schnitzen bis hin zum Filmen. Viel Spaß! Musik So? Oder anders? Willst du machen? Du bist doch hier die Künstlerin. Okay, warte mal. So. Irgendwie so. Und unten genau umgezerrt. Und unten, wo ich mich verahe. Und unten, wo ich mich drauf mache. Dann, wo ich mich drauf mache. Und unten, wo ich mich drauf mache. Mach mal eine Kube, die ich mich drauf mache. So, ne? So. Mama, du bist noch mein Schaum. Während wir mit dem ersten Kürbis noch nicht ganz fertig waren, haben wir schon einen zweiten, von einem grünen. Sieht man ja auch nicht jeden Tag. 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 Und dann hieß es dann, up to the location, was nicht weit weg war, nämlich hinter dem Hof zum Maislabyrinth. Ein kleiner Tapetenwechsel. Ich habe nicht vergessen, noch nebenbei Fotos zu machen, Leute. Dreh den Kopf nach da, guck mal nach da so. Genau, genau. Aber Arm wieder hier hin, den da. Genau, ja. Und da, guck mal nach, guck mal nach. Und da, guck mal nach, guck mal nach. Und da, guck mal nach. Und da, guck mal nach, guck mal nach. Und da, guck mal nach. Hier kommen wir zur vorletzten Idee, die ich bei diesem Shooting hatte. Und da ein bisschen Dessous, gepaart mit dem Halloween, also ein bisschen Reiz mit Horror. Ich habe am Anfang ein bisschen geblitzt, um was Neues, anderes auszuprobieren, aber bin am Ende dann doch wieder zurück zu meinem normalen Licht-Setup begangen. Ganz zum Schluss habe ich noch was anderes ausprobiert, ein bisschen Geisterfeeling mit einem Laken zu erzeugen. So, das war es mit diesem Video, mit dem Behind-the-Scenes und jetzt nochmal das Cinematic-Video zum Schluss. Und da, guck mal nach, guck mal nach. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.